Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metro-Stationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat und zur Festung gegen die altraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Die Oberfläche zu können. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage? Den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort nennen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipex. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipex. Bereit, Artyom. Mir nach. Verfehlt. Verfehlt. Naja, klettere hoch und versuche es noch einmal. Raus hier. Okay. Auf nach oben. Mhm. Anscheinend keiner zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Toracken. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Turm. Lade deine Waffe. Da kommen sie. Atyom, wenn du verwundet bist, musst du ein Medipack benutzen. Versuchen wir es mal mit sie. Artyom, lass uns gemeinsam ziehen. Bereit? Zieh! Und... Raus hier. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen. Ulman, bitte kommen. Ende. Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Ah, und da sind sie. Ich bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie. Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend findet es härter als in der Bibliothek. Scheiße, Feuer frei! Feuer frei! Stehlohn halten! Hinten! Stehlohn halten! Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Untertitelung. BR 2018 Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm! Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Alex, ja Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Wir werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Sergei! Habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Gehen wir, Artyom. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Alexei war dabei. Petro. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt nicht. Ah, du bist es. Waren es die Schwarzen? Ich verstehe. Komm herein, Alex. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt und früher oder später führt das zum Tod. Komma... Komma nicht dran. Ich komme... Ich komme nicht... Nein. Nein, bleiben Sie ver... Was zum Teufel? Wer kann das sein? Es ist Hunter. Lauf nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nichts schwer. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die schwarzen Händler... Ein Dringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete! Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hierbleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe! Verdammt! So weit sind Sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. So weit sind Sie noch nicht in die Station. So weit sind Sie noch nicht in die Station. Maschsstub? Tak. So weit sind Sie noch in die Station. Artyom, bist du ok? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelnest. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosales auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schelte in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. Zehn Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Die Schwarzen, ihr Geist zerstört! Verdammt! 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 Weiss der Teufel, was da draussen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du?